Jo moin leute und damit ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Übersichtsvideo der Rhein-Ruhr-Karte und ja wer es schon erkennt es ist hier die Beta-Version des Dortmunder Hauptbahnhofs und zwar habe ich in den letzten Streams und auch offline ein bisschen den Dortmunder Hauptbahnhof gebaut damit wir einfach mal sagen können wir haben nun die großen Städten im Ruhrgebiet fertig ich habe vom lieben Rob Rob die Daten bekommen zum Beispiel die Bahnsteigsbreite und alles und habe dadurch dann diesen Bahnhof gebaut und das war etwas aufwendiger denn die Bahnsteige sind sehr breit das heißt man muss sehr viel Platz oder beziehungsweise sehr viel Platz braucht man für diesen Bahnhof und explizit dann auch die nördliche Ausfahrt ist sehr kompliziert weil dort das Ganze dann auf fünf Gleisen weitergeht das ist hier nun meine Lösung es sind wirklich in echt auch so viele Weichen dort drin das ganze ist natürlich alles ein bisschen gestaucht das werdet ihr dann auch gleich hinten am Dortmunder Abstellbahnhof sehen da ist normalerweise viel weiter weg aber wie gesagt durch die ganzen durch die ganze Map Verzerrung und alles musste ich das ganze nun so bauen wie gesagt das ist der Dortmunder Hauptbahnhof mal als Rohbau noch ohne Gebäude ohne alles dann fehlt hier oben noch die ganzen die ganzen Hallen hier ist eine kleine Baustelle dran was auch noch fehlt ist sind diese Abstellgleise hier noch und dieses eine Gleis das hier oben endet so ich habe sehr viel sehr viel Details reingebracht zum Beispiel auch die die Weichen die sind dort alle ziemlich neu und ziemlich umgebaut durch diesen Unfall letzten Jahres da habe ich auch großen Wert drauf gelegt dann natürlich die Signalsetzung sagen wir hier über komplett diese Einfahrt haben wir eine Signalbrücke wo jedes Gleis absignalisiert ist also da habe ich dann doch schon wirklich ziemlich viel Details reingesteckt dann haben wir die Woche vorher Dortmund Dorstfeld gebaut das ist meine Lösung und ja ich bin mit diesem Ergebnis hier sehr zufrieden ich habe glaube in dem Stream eine Stunde Vorplanung gebraucht bis ich gewusst habe wie ich das ganze denn jetzt nun baue das war wirklich nicht einfach kann ich euch wirklich sagen ich bin aber stolz auf das Ergebnis wenn ihr es auch seid könnt ihr es sehr gerne in die Kommentare schreiben das würde mich sehr freuen gut wie gesagt das mussten wir alles neu bauen ich habe komplett ab ab dieser Haltestelle Martin Süd komplett die Strecken neu gesetzt habe auch hier die Flying Junction realisiert ja das ist das Einzugsgebiet Dortmund bin schon wirklich sehr zufrieden damit was auch noch fehlt sind hier diese alten Abstellgleise wo ich dann später sehr viel begrünen werde und ich denke das wird dann auch einigermaßen gut aussehen ihr kennt es ja schon von der Ruhrtalbahn Map so wo ich noch dabei bin ist hier der Weiterbau der S4 durch die Dortmunder City das fehlt natürlich noch und als Beispiel hier wie gesagt dieser Abstellbereich Dortmund Hauptbahnhof ist normalerweise deutlich weiter ähm außerhalb eher also eigentlich im Stadtrand von Dortmund aber wie gesagt ich musste das hier alles ein bisschen ein bisschen stauchen da sehr viele Fernverkehrslinien in Dortmund anfangen brauche ich natürlich auch hier Abstellgleise das heißt einige Linien die hier in Dortmund enden werden selbstverständlich auf diese Abstellgleise fahren und kommen dann wieder heraus deshalb bräuchte oder deshalb habe ich auch ein Gleis gebraucht mit mindestens 400 Metern damit ich dort eine Doppeltraktion ICE 2 und ICE 3 dort reinpacken kann dann habe ich hier noch das dann habe ich hier noch das ICE-Werk so ein bisschen realisiert da können wir dann später natürlich auch einen kleinen Pendelverkehr machen und ich habe mich dann äh letztenendlich doch noch entschlossen ähm die Strecke der Linie RB50 und RB51 Richtung Lünen zu bauen und habe das dann einfach so gemacht dass ich den Zügen hier hinten ähm einen Aufenthalt eine Aufenthaltszeit gebe und die dann halt immer mal wenn sie wenn sie ähm ja wenn sie Lust haben dann hier in den Bahnhof reinfahren ähm was ich ab sofort dann auch machen werde sind diese Wendeschleifen am Ende der Map denn ich finde es einfach gut also später wenn wir diese Mitfahrten machen wenn die Map fertig ist werde ich dann hier am Kartenrand dann das Video beenden ja und äh werde es dann auch kurz danach sobald der Zug auf der Map ist auch wieder starten ähm der der Hintergrund einfach ist der leider ist leider ist es nicht möglich ähm den Zug hier einfach wenden zu lassen und dann hier wieder einzufahren sondern der braucht hier noch einen Zwischenbahnhof das ist echt blöd da muss ich mal Urban Games anschreiben ob man das nicht irgendwie beheben kann ja das ist einfach ein äh stinknormale Schleife damit die Züge hier ähm einfach weiterfahren weil ich finde es scheiße wenn die wenn die hier am Kartenrand äh anhalten und dann einfach wieder umdrehen vor allem ist es auch hier ziemlich ähm ziemlich eng und dann bräuchte ich ja hier auch immer eine Weiche das würde alles vom Verkehrsfluss her nicht passen denn ähm es fließen jetzt oder es fahren ja jetzt hier schon ich glaube äh neun Linien hier rüber und das würde einfach zum totalen Chaos führen deshalb ist es nun meine Lösung das werde ich nun ähm an allen Stellen machen wo es außerhalb der Map geht bloß äh damit ihr da Bescheid wisst falls ihr euch fragt warum denn diese ja diese Wendeschleifen hier sind so dann habe ich hier ähm Dortmund äh nicht Quatsch Holz Holzwickete mit dem Dortmunder Flughafen hier hingebaut und äh wie gesagt das ist alles ein bisschen ähm natürlich gestaucht ich musste hier eine 60er Kurve machen das ist normalerweise 140 äh also da musste ich dann wirklich Ausnahmen machen damit ich diese Strecken realisieren kann einfach um äh weitere Linien einzufügen damit die einen richtigen ähm eine richtige Endhaltestelle haben äh was kam noch dazu natürlich der Anbau hier unten beim Signal Iduna Park hier fehlt noch die Anbindung der Gütergleise das wird dann auch demnächst noch folgen hier haben wir die Universität und das ist dann die Anbindung Richtung äh Richtung Wickete ne Quatsch nicht Wickete Mengede dort habe ich gestern auch umgebaut im Stream äh wie man hier noch sieht das ist der Verlauf der alten Strecke und ich habe die einfach ein bisschen hochgesetzt äh damit ich auch hier mehr Platz zwischen den zwischen den Bahnhöfen habe das hat mir alles ein bisschen nicht so gefallen ähm deshalb äh deshalb ist die Strecke jetzt so weit nach oben versetzt gefällt mir besser ja ist vielleicht nicht ganz ähm realitätsgetreu aber ähm mir ist dann dann doch schon wichtiger dass hier diese großen Strecken zwischen den Bahnhöfen sind dann kam noch dazu dass ich hier unten in Duisburg Wernau ähm auch komplett alles umgebaut habe natürlich einerseits äh geschaut welche Weichen äh wurden umgebaut welche sind noch mit Betonschwellen welche sind noch mit Holzschwellen ähm hab die ganzen ein bisschen den Linienverlauf angepasst hab hier die die Abstellgleise von Wernau eingefügt und wollte gestern eigentlich auch noch hier den Entenfangsee ähm endlich ja endlich äh machen denn dann haben wir hier eine fertige Linie der RB 37 die nach Entenfang hier fährt wo ich hier auch ähm Wert drauf gelegt hab und zwar sind die ganzen Strecken hier mit KS-Signalen aus ähm ausgelegt da ähm ja wie gesagt da hab ich großen Wert drauf gelegt dass ich nicht jetzt hier HV-Signale oder weiteres hinbaue sondern natürlich KS-Signale des weiteren auch hier dieser Buckel äh ich mach jetzt hier nicht einfach eine eine gerade Strecke draus sondern dieser Buckel ist auch in echt so deshalb muss der natürlich bei mir auch dorthin ist ja logisch so kommen wir nun zu meinem letzten Anliegen und das letzte was ich euch in dieser Woche gern zeigen möchte und zwar habe ich noch einen großen Schandfleck auf der Map und zwar Hagen Hauptbahnhof und zwar zu dieser Zeit habe ich dann einfach gesagt okay ich baue dort einen ganz normalen Bahnhof weil ich diese diese Doppelgleise einfach nicht gemocht habe beziehungsweise ich dann einfach keine Lust hatte diesen Bahnhof richtig zu bauen es gefällt mir vor allem diese südliche Ausfahrt Richtung Wuppertal gefällt mir überhaupt gar nicht weil die so diesen 90 Grad Bogen macht dass es alles hier ein bisschen falsch platziert und falsch dimensioniert ich möchte gerne in den kommenden Streams und auch offline Hagen Hauptbahnhof umbauen falls ihr aus der Nähe von Hagen kommt könnt ihr mir gerne Bildmaterial oder das weiteren wenn ihr da mal seid gerne zukommen lassen da würde ich mich sehr drüber freuen damit wir hier so detailgetreu wie möglich diesen Bahnhof nachbauen können da habe ich nämlich noch ein Korn im Schuh und das möchte ich auf jeden Fall noch als letzten Bauabschnitt auf meiner Map vollenden weil dann kann man wirklich sagen okay die Map ist mal so einigermaßen schientechnisch fertig und dann wäre es zumindest mal möglich die ersten Häuser und alles weitere zu bauen Bäume zu setzen einfach mal die Strecken auszudekorieren aber wie gesagt vorher möchte ich gerne den Hagener Hauptbahnhof umbauen weil das Ganze mir so mittlerweile mit dem aktuellen Standard überhaupt gar nicht mehr gefällt also das ist wirklich noch ein riesenfettes Korn im Auge das gefällt mir überhaupt gar nicht also könnt ihr euch schon mal falls ihr euch darauf freut auf die nächsten Streams freuen und natürlich auch auf die nächsten Videos denn es gibt eine kleine Abstimmung unten in der Videobeschreibung und wenn ihr da teilnehmen möchtet könnt ihr das gerne machen ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich würde mich für diese Woche verabschieden nach dieser etwas längeren Pause freue mich dass ihr immer noch dabei seid ich hoffe das Projekt gefällt euch immer noch so gut und dann sehen wir uns im nächsten Übersichtsvideo wieder und bis dann macht's gut tschau nicht